Was ist denn hier los? Packen! Abhauen! Aha. Klaus wird es ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Das ist ein leichteres, Professor. Aber das ist doch Wahnsinn. Wir haben einen thoroughen Prozess, um alle meine Arbeit-related E-Mails zu identifizieren und sie zu den Städten. Ich habe nicht gewählt, meine private, persönlichen E-Mails zu halten. E-Mails über die Planung von Chelsea, als auch Yoga-Routines. Herr Professor! Ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, so, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja. Und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl! Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. So, so, Sie können das nicht zulassen. Aufrechst uns! Aufrechst uns! Aufrechst uns!